Hey Leute, was geht? Georg hier und damit ein ganz herzliches Willkommen zur vorerst letzten Academy-Analyse. Der November, der erste Qualifikationsmonat, ist ja jetzt vorbei und hiermit gibt es jetzt noch die vierte Analyse und es wird auch noch ein Academy-Beitrag mit Mike natürlich folgen. Und dann werden wir schauen, wie es im Jahr 2018 mit der Academy weitergeht. Ihr werdet auf jeden Fall weiterhin vieles von unseren Jungs hören. Vielleicht werden wir die Academy auch erweitern. Das wird sich alles im neuen Jahr zeigen. Und ich habe jetzt natürlich noch die Resultate der letzten Wochenenden in der Weekend League von den Jungs. Lorenz hat die letzten drei Wochen, also das letzte November-Wochenende und die zwei jetzt im Dezember abgeschlossen mit 30 Siegen, 30 Siegen und 32 Siegen zuletzt. Also eine Steigerung. Er wird also weiterhin jetzt natürlich Elite 1 angreifen und das hoffentlich auch vielleicht noch im Dezember, also in diesem Jahr noch packen. Sind ja noch drei Wochenenden. Dann haben wir den Chris. Der hatte ja vor drei Wochen mit 37 Siegen seine absolute Bestleistung. Dann vor zwei Wochen 34 Siege, immerhin noch Elite 1 und das letzte Wochenende nur noch 33 Siege. Also er hat es geschrieben. Im November ging die Kurve konstant nach oben, jetzt gerade wieder ein bisschen nach unten. Aber ich bin mir sicher, dass er da auch wieder sich steigern wird. Und Mike, der hat jeweils Elite 1 gepackt. 34 zu 6, 35 zu 5 und 34 zu 6 sind seine Ergebnisse der letzten drei Wochen. Und Kazem, der hat im November die letzte Weekend League mit 38 zu 2 abgeschlossen. Leider ein Disconnect dabei gehabt und muss jetzt noch weiter hoffen, dass noch einige Cheater vielleicht rausfliegen oder Leute mit der Anmeldung was verpeilt haben. Und er noch reinrutscht in die Top 64, drückt die Daumen, dann würde er die Quali noch packen. Und jetzt im Dezember hat er die Weekend League, glaube ich, nicht so ganz aktiv verfolgt. Er war jetzt auch zuletzt krank in der letzten. Insofern, ja, gönnt er sich ein kleines Päuschen, was er sich nach der starken Leistung im November auf jeden Fall auch verdient hat. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Analyse. Als erstes haben wir wieder die Analyse von Lorenz. Und er hat dieses Wochenende gegen einen sehr, sehr starken Gegner gespielt, der am Ende auch die Top 100 mit 39 zu 1 gepackt hat, Angarian Beast. Und Lorenz hat richtig stark gegen ihn aufgespielt. Und ich habe zuerst eine Offensivszene und dann zwei Szenen aus der Defensive. Schauen wir erstmal in die Offensive rein. Er gewinnt hier den Ball nach dem Steilpass vom Gegner und kriegt jetzt hier eine super Umschaltsituation. Enge Raute at its best. Henri ist durch. Und dann verdattelt er aber leider diese sehr, sehr gute Chance hier. Und ich denke, das ist eine Situation, die häufiger zustande kommt, gerade wenn man die enge Raute spielt oder auch in anderen Formationen eben den Stürmer steil angespielt bekommt, aber dann noch keine hundertprozentige Torchance hat. Und deswegen schauen wir uns das Ganze hier mal vielleicht in leicht verringerter Geschwindigkeit an. Also hier erstmal der Steilpass auf Henri, super. Der ist auch komplett durch. Und wenn wir uns die Situation jetzt hier angucken, dann stellen wir fest, okay, es ist nicht möglich für Lorenz hier direkt auf den Torerfolg zu gehen. Denn wenn er mit Henri hier in die Mitte ein bisschen reinzieht, dann wird höchstwahrscheinlich der Innenverteidiger noch dazwischen kommen und ihm diesen laufig abschneiden können und vor dem Schuss noch dann das Tackling ansetzen können oder den Ball blocken, wie auch immer. Und auf der anderen Seite haben wir hier hinten noch einen Gegner. Und was jetzt also Lorenz für Optionen hat, sind natürlich zum einen zu versuchen, in die Mitte reinzuziehen oder durchzulaufen. Und das Wichtige ist eben, wenn man gegen gute Gegner spielt, dass man versucht, sie unsicher zu machen, zu verwirren und das nächste Level zu erreichen im Mindgame, sage ich mal. Das heißt beispielsweise, was Lorenz jetzt versuchen könnte, wäre einfach noch ein Stück weiter laufen und die Situation immer gefährlicher machen, weil hier sein Stürmer auf der anderen Seite mit in den 16er reinläuft. Und wenn er da dann also einen Querpass beispielsweise ansetzen kann oder in die Mitte zurückzieht und dann den Querpass spielt, dann wird es halt richtig gefährlich. Und deswegen würde ich Lorenz empfehlen, hier erstmal noch ein Stück weiter zu laufen und nicht direkt den Gegner erkennen zu lassen, was denn sein Plan ist in der Situation. Und dann hat er hier auf Höhe des Fünfers die Option, entweder dann zu versuchen, mit dem Übersteiger nach hinten zu ziehen und auch so ein bisschen zu gucken, okay, wie verteidigt der Gegner jetzt gerade. Oder was auch sehr, sehr gut funktionieren kann, ist bis hierhin laufen und dann einen Übersteiger 90 Grad oder sogar so leicht zur Grundlinie zu machen, weil eben gute Spieler sehr, sehr häufig dann mit dem Übersteiger hier nach hinten rechnen und dann mit dem Verteidiger entsprechend sich ein Stück zurückfallen lassen und dann kann man hier in eine sehr gefährliche Position kommen. Oder er macht eine Schusstäuschung in Stand hier vorne und schaut dann, wie der Gegner reagiert und geht vielleicht wieder nach vorne weiter oder deutet nach hinten an, macht dann Dragback wieder zur anderen Seite. Also das Wichtige ist, hier den Gegner ein bisschen zappeln lassen, nicht direkt sich für eine Sache entscheiden, so wie Lorenz jetzt hier in der Situation einfach auf den Ball treten und mit L1 oder so sich nach hinten drehen, weil dann gibt man diese Situation doch relativ leichtfertig her und der Gegner kann entsprechend dann sich hier mit der CPU den Ball erobern, ohne dass er überhaupt irgendwas dafür machen muss. Und das ist natürlich schade, diese Situation so herzugeben. Eine andere Option abschließend wäre vielleicht auch noch, dass er hier einfach nur eine kurze Ballrolle in die Mitte macht, um den Ball eng zu führen und sich leicht in die Mitte zu drehen und dann versucht hier den Spieler drüben anzuspielen mit einem Druckpass oder einem X-Pass und dann entsprechend den Ball da dann mitzunehmen und den Abschluss zu suchen oder einen Doppelpass zu initiieren. Das wäre vielleicht auch noch eine Option, den Ball eng führen in die Mitte, um hier den Passweg zu öffnen. Lorenz ist dann jetzt in der 58. Minute mit 3 zu 1 in Führung, also eine sehr, sehr gute Ausgangsposition und leider, leider verbaut er sich hier den Sieg gegen diesen Gegner. Lorenz ist jetzt in einer sehr guten Ausgangsposition, 58. Minute, 3 zu 1 Führung und leider, leider verbaut er sich diese sehr, sehr gute Position, indem er zwei leichte Fehler im Spielaufbau beim Rausspielen macht. Und wir schauen mal drauf, die erste Situation nach einer Ecke hier für den Gegner. Er kriegt den Ball hier zu seinem Spieler geköpft, Mbappé macht dann einen Dreiecksball nach vorne, der Gegner kann das ausnutzen, eine Drehung mit Ronaldo, zack, das Ding ist drin, da lässt sich natürlich ein Gegner von diesem Format auch nicht lange bitten. Und wenn wir uns das nochmal anschauen hier, dann sehen wir, dass die Situation eigentlich gar nicht so gefährlich ist, wie sie aussieht, denn Lorenz hat eine sehr, sehr einfache Option, jetzt hier mit Mbappé den Ball eben nicht direkt nach vorne zu spielen und das ist ein genereller Tipp für alle Situationen, wo der Gegner mit vielen Spielern im 16er ist und ihr erobert dann den Ball, nehmt den Ball erstmal in eine sichere Richtung mit und sehr, sehr häufig ist das zur eigenen Grundlinie bzw. zum eigenen Tor. Denn wenn ihr euch das jetzt hier anschaut in dieser Situation, dann sehen wir, Lorenz hat hier einen Gegenspieler und dort einen Gegenspieler und es sind eben ganz, ganz viele Spieler hier und wohin er den Ball also auf keinen Fall jetzt direkt spielen sollte, es sei denn natürlich, es ist irgendwie jetzt ein Spieler hier komplett frei. Dann ist es eine andere Geschichte, dann kann er einfach hier einen Dreiecksball spielen, ohne dass da Gefahr von her rührt, aber wenn jetzt hier ein, zwei Spieler laufen und der Gegner aber eben auch hier Gegenspieler hat, die diese Laufwege abfangen können und da dann vielleicht den Ball erobern, wird es eben brandgefährlich, weil der Gegner in diesem Bereich hier so viele Spieler hat und dann direkt eben kontern kann. Und deswegen sollte Lorenz jetzt hier in der Situation erstmal den Ball mit Mbappé nach rechts verarbeiten und dann klärt sich diese Häufung von Spielern im 16er meist sehr, sehr schnell und es orientiert sich dann der Außenverteidiger oder ein anderer Spieler nach oben. Man kann Seitenwechsel spielen und hat dann direkt viele Optionen. Wenn ihr euch das Ganze jetzt mal anschaut, überlegt euch jetzt, hätte Lorenz den Ball hier also mit Mbappé nach rechts mitgenommen, dann wäre jetzt hier oben schon sehr, sehr viel frei und er könnte also hier einen Querpass schon spielen, den Ball dann hier erstmal sichern, gegebenenfalls dann wieder einen Seitenwechsel spielen. Das dauert dann auch mal ein, zwei Momente, aber solche Situationen, die klären sich, wie gesagt, meist sehr, sehr schnell und er würde nicht in dieser Situation den Ball hier verlieren und zur allergrößten Not kann er, wenn er hier unter Druck gerät, den Ball dann auch immer noch einfach nach vorne rausschlagen mit einer Klärung und ja, geht dann gar kein Risiko. Insofern hier erstmal den Ball sicher verarbeiten und dann nach vorne rausspielen. Auch in der nächsten Szene erobert Lorenz den Ball im eigenen Strafraum und macht es diesmal besser, kann den Ball nach vorne rausspielen. Jetzt hier der erste riskante Pass, ich denke, da ist auch ein bisschen Nervosität dabei gewesen, natürlich, er weiß, der Gegner ist sehr, sehr stark und wird Fehler ausnutzen und leider passiert dann hier auch ein weiterer Fehler und der Gegner mit Ronaldo macht den Flachschuss in die lange Ecke und dann entsprechend hier das 3 zu 3 und kurze Zeit später hat der Gegner dann auch noch das 4 zu 3 gemacht und so ist das Spiel am Ende auch ausgegangen mit einem 4 zu 3 Sieg für den Gegner und wir schauen mal drauf, wie jetzt hier Lorenz zumindest in der Situation hätte verhindern können, dass der Gegner zu dieser Chance für den Ausgleich kommt, denn Lorenz hat super verteidigt, solange er keine eigenen Fehler gemacht hat. Hier der erste Moment, ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht, wie gesagt, ein bisschen Nervosität wahrscheinlich auch mit dabei gewesen, aber diesen Ball hier als Alliance-Dreieck zu spielen, bringt einen natürlich mehr in Bredouille, als dass es irgendwie hilfreich ist. Hier ein simpler Dreieckball hätte ausgereicht, aber das weiß Lorenz, denke ich, auch selber. Wichtiger wird es jetzt hier danach, das macht er auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass er die Situation direkt entschärft, indem er auf den Außenverteidiger spielt und dann auch jetzt hier nach vorne und jetzt hat er Platz und Ruhe. Natürlich kommt jetzt hier ein Gegner von hinten angestürmt und der Gegner macht Druck, ist klar, aber wenn Lorenz den Ball jetzt hier einfach nach hinten mitnimmt in Richtung seines eigenen Teams, dann kann er sich seine Anspielstation eigentlich sehr, sehr gut aussuchen und eben schauen, wo entsprechend Platz ist und er kann auch schauen, wie der Gegner antizipiert. Wenn dann der Gegner zum Beispiel jetzt hier auf die Mitte antizipiert, kann er sich auch einfach mit L1 nach unten rausdrehen und hier dann die Linie entlang gehen und viel Zeit gewinnen. Und entsprechend sollte er jetzt hier den Ball erstmal in Ruhe annehmen und nicht direkt nach der Annahme sofort den nächsten Ball spielen. Denn er ist nicht so sehr unter Druck, wenn er hier mit L2 den Ball abschirmt, dann hat der Gegner nicht so gute Chancen ranzukommen an den Ball und gerade auch, wenn er den Ball ein Stück wirklich wieder nach unten mitnimmt und Platz zwischen ihm und dem Gegenspieler kreiert, dann sollte der Gegner nicht direkt an den Ball kommen können und dann kann Lorenz erstmal schauen, ist Alaba dann anspielbar oder mache ich hier lieber wieder einen Dreieckball oder halte ich den Ball mit Bale erstmal, drehe mich und kann dann hier vielleicht Mbappé anspielen. Also viele Optionen und das Wichtige ist jetzt hier, nicht direkt dann überhastet den nächsten Pass spielen. Macht er aber und jetzt hier in der Situation müsste er dann versuchen, also das wieder zu entschärfen, indem er einen weiteren One-Touch-Ball spielt und zwar hier auf Vieira am besten wahrscheinlich oder Dreieck wäre vielleicht auch möglich, aber Risiko, dass der Gegner den Ball hier abfangen kann. Am besten wahrscheinlich One-Touch auf Vieira und dann wäre die Situation wieder entschärft. So durch die Ballannahme kommt es halt dazu, dass der Gegner den Ball erobern kann und dann ist Ronaldo leider auch direkt frei, weil Boateng nach unten verschoben hat und der Gegner macht den Ausgleich in der Situation. Als nächstes haben wir Chris. Er hat dieses Wochenende auch gegen einen starken Gegner gespielt, wo er sich schwer getan hat und als erstes wieder eine Offensivszene, wo er sich eigentlich in eine gute Position bringt im 4-2-3-1 und dann aber die Situation nicht gut ausnutzen kann, um vielleicht zu einer Torchance zu kommen und danach noch eine Szene zur Defensive. Wir gehen rein. Wie gesagt, der Gegner stand sehr, sehr stabil. Chris musste im Spielaufbau im 4-2-3-1 das ruhig gestalten. So ist es ja häufig auch in der Formation. Macht das hier auch sehr, sehr gut. Spielt jetzt in die Mitte rein, findet den Pass auf Ronaldo und dann geht er hier in die Kombination und jetzt hier verliert er dann letztendlich den Ball wieder im Angriff. Und wir schauen mal drauf, wie er das hätte vielleicht besser nutzen können. Und der allererste Schritt ist schon relativ interessant da und zwar jetzt hier von Kanté spielt er jetzt hier einen One-Touch-Pass und im Prinzip ist das auch sehr, sehr gut, denn er sieht, okay, ich kann vielleicht Ronaldo anspielen. Natürlich ist der Pass riskant, aber zu einem gewissen Zeitpunkt muss man eben auch mal Risiko gehen und manchmal hat man diese kleine Idee, dass jetzt vielleicht die Lücke da ist für den Pass und insofern ist das auch okay, dass er den probiert, denke ich. Interessant wäre es, wenn er diesen Pass mit L1 zusätzlich noch spielen würde, also L1 und X, sodass Kanté direkt als Doppelpass nachläuft, denn er hat Fernandinho als zweiten Sechser und Kanté eben auch als Sechser und Fernandinho ist ja hier in der hinteren Position und deswegen kann man im 4-2-3-1 meist eigentlich mit einem Sechser zumindest guten Doppelpass auch mal initiieren, damit der Sechser mit nach vorne sich orientiert und dann man entsprechend dort mehr Anspielstationen hat und das würde ihm auch weiterhelfen, wenn er dann jetzt hier mit Ronaldo den Ball hat und Kanté wirklich einen guten Laufweg machen würde, weil er mit L1 eben diesen Laufweg initiiert bekommen hat, dann hätte er vielleicht hier des Weiteren im Folgenden noch eine Anspielstation im Rückraum und jetzt hier mit Ronaldo lässt er den Ball One-Touch prallen, das ist auch sehr, sehr gut und wieder würde ich empfehlen, das direkt als Doppelpass zu spielen, also zumindest den Doppelpass zu initiieren, sodass Ronaldo hier wieder einen Laufweg macht und man dann entsprechend hier mit dem Flügelspieler den Ball annimmt in die Mitte und androht, dass man hier jetzt gleich durchsteckt, denn was dadurch passiert, ist, dass der gegnerische Innenverteidiger hier nach hinten gezogen wird, also der muss hier mit Zulaufen entweder CPU gesteuert oder indem der Gegner selber steuert und dann sorgt man dadurch für mehr Gefahr. Er spielt den Pass hier einfach normal, Ronaldo bleibt dadurch stehen, jetzt spielt er von Costa den Doppelpass, das ist schon mal ganz gut und jetzt ist es wieder dieser Punkt, man muss gute Gegner in der Defensive so ein bisschen zappeln lassen, man darf nicht direkt mit der ersten Aktion dann die Chance, die sich einem vielleicht ergibt, versuchen auszunutzen, außer sie ist komplett offensichtlich, dass es funktioniert, also wenn jetzt zum Beispiel Costa hier jetzt schon stehen würde, dann ist natürlich der Dreiecksball hier absolut logisch, weil wenn der Costa den bekommt, dann ist das ein ziemlich sicheres Tor, aber in der Situation ist es nach dem initiierten Doppelpass eben noch nicht sicher, dass Costa hier durchlaufen wird, denn er ist auf einer Höhe noch mit diesem Verteidiger und man sieht auch, der Gegner weiß natürlich, hier kann der Doppelpass kommen und läuft das zu. Entsprechend wäre es jetzt hier also gut, mit Ronaldo den Ball erstmal nach vorne mitzunehmen, in eine neutrale Position, wo er alle Möglichkeiten hat. Er kann ins 1 gegen 1 gehen, er kann aber auch, indem ich das mal kurz hier wieder entferne, er kann aber auch entsprechend versuchen, auf einen Longshot zu gehen, mit Ronaldo aus der Position auf jeden Fall, immer eine Option und er kann auch von hier weiterhin natürlich den Dreieckball spielen und das ist eben das Wichtige gegen solche Gegner. Hier den Ball jetzt mitnehmen, mit L1 dribbeln und schauen, wie verteidigt der Gegenspieler und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass Chris das in dieser Situation machen würde und eben nicht den Pass spielen würde, dann würden wir sehen, okay, Chris nimmt jetzt hier den Ball mit, hat also jetzt hier in dieser Position den Ball und könnte jetzt höchstwahrscheinlich einfach schon mal versuchen, den Longshot zu spielen oder auszunutzen, zu versuchen. Das ist ein richtiges Wort dafür und der Gegner hat hier entsprechend also zu passiv dann verteidigt beziehungsweise hat keinen Riesenfehler gemacht, weil er eben den Doppelpass verteidigt, aber dadurch, dass Chris den Ball neutral mitnimmt, kann er hier abschließen und vielleicht das Tor machen. Also das eine Empfehlung, nicht direkt sich festlegen auf den Doppelpass in der Situation, weil das macht es dem Gegner dann zu leicht in der Defensive und man sieht es hier, er fängt den Ball einfach ab, weil er das entsprechend verteidigt hat und kann dann hier auch mit ein bisschen Glück den Ball rausspielen. Und die zweite Szene fängt an im Spielaufbau von Chris, ähnlich wie bei Lorenz, er macht jetzt hier ohne großartige Bedrängnisse einen Fehler mit Valencia und verteidigt dann im Folgenden ein wenig zu passiv, werde ich gleich noch genauer darauf eingehen, ich weiß, Chris kann es schon wahrscheinlich nicht mehr hören, die passive Verteidigungshaltung hat natürlich hier auch Pech, dass sein Spieler getunnelt wird, ohne Grund eigentlich, dass er den Ball nicht abfängt, aber so ist das eben dann manchmal, wenn man solche Fehler im Spielaufbau macht und dann noch ein bisschen Pech dazu kommt, wird man bestraft. Schauen wir zunächst die Ausgangssituation an, er hat hier eigentlich den Ball sehr, sehr sicher, der Gegner presst jetzt hier so ein bisschen und kommt von zwei Seiten, also das heißt, dass er hier entsprechend von oben zuläuft, der Gegner, machen wir es mit den roten Pfeilen wieder, er läuft von oben zu und aus der Mitte zu und dadurch wird es also hier brenzlig, wenn Chris versucht, den Ball nach vorne mitzunehmen, weil wenn der Gegner dann hier mit diesem Spieler das clever macht, kann er diesen Pass abfangen und dieser Pass hier auf den Spieler auf dem Flügel ist durch den Kollegen hier zugestellt und was jetzt Chris deswegen machen sollte, ist das zu erkennen und diese Situation gar nicht erst zustande kommen lassen, das heißt, den Ball gar nicht erst nach vorne verarbeiten, sondern schon bei der Ballmitnahme hier wieder nach hinten den Ball mitnehmen und dann einfach einen Seitenwechsel auf die andere Seite spielen, denn wenn wir uns den Radar angucken, dann hat er sowohl hier den zweiten Innenverteidiger als Option, den sehen wir hier auch ganz angeschnitten noch hinter dem Overlay und hier oben ist dann der Außenverteidiger, das heißt, hier könnte er dann einfach einen Seitenwechsel spielen und die Situation entschärfen und es würde gar nicht zu diesem Ballverlust kommen. So, jetzt hat der Gegner den Ball also weiter verarbeitet, auf Sané gespielt und hat jetzt hier in der Mitte die Anspielstation, Son ist das glaube ich, die jetzt Chris erstmal abdeckt mit Costa und der Gegner spielt dann diesen Pass, der Ball wird nicht abgefangen und das ist schon die erste Situation, wo Chris aus meiner Sicht deutlich aggressiver verteidigen müsste und zwar sollte er jetzt hier definitiv versuchen mit Costa zurückzulaufen und hier mit einem richtig ordentlichen Charge-Up-Tackling reinzugehen, sich so breit wie möglich zu machen, so aggressiv wie möglich reinzugehen, um hier den Ball zu erobern, denn wenn wir uns die Situation anschauen, er hat den Weg Richtung Tor abgedeckt, nach oben und nach unten ist natürlich ein bisschen Platz, wenn der Gegner jetzt also den Ball hier nach oben mitnimmt, dann kann Chris entsprechend da versuchen noch zu reagieren und das Charge-Up-Tackling da rein anzusetzen und den Ball so zu erobern, wenn der Gegner versucht nach unten zu gehen, gilt das Gleiche und wenn der Gegner eben versucht den Ball wieder nach unten prallen zu lassen, wieder zurück zu spielen, dann würde Chris genau aus dieser Richtung mit dem Charge-Up-Tackling kommen und eine gute Chance haben, aus meiner Sicht den Ball abzufangen. Das Problem ist aber, dass Chris einfach nur mit Costa hier so leicht nach oben läuft und keine Aktion zum Ball hin macht, also nicht gierig auf den Ball ist in der Situation, wo es eigentlich ein guter Spot ist, um den Ball zu erobern, weil er den Gegner umzingelt hat, sondern er verteidigt relativ passiv auch in dieser Situation und läuft mit Costa nur so ein bisschen hin. Ich spüre nochmal zurück, ein bisschen weiter. So, der Pass kommt und jetzt wie gesagt mit Costa reinlaufen und richtig auf den Teckling gehen und ihr seht, er läuft halt mehr oder weniger am Ball dann vorbei und dadurch kann der Gegner jetzt also hier wieder mit Sané das Spiel fortsetzen und jetzt ist es wieder die gleiche Situation. Hier ist Son anspielbar und den Passweg läuft dann Chris zu und das ist auch erstmal nicht falsch. Das Wichtige ist aber auch, dass er gleichzeitig eben den Ball führenden Spieler vom Gegner, in dem Fall Sané, unter Druck setzt. Das heißt, was er jetzt probieren könnte, wäre hier den Passweg zuzulaufen, aber auch gleichzeitig dann so ein bisschen sich schon in Richtung von Sané zu orientieren und in einem günstigen Moment zu versuchen, auf das Teckling zu gehen, während er weiter in den Passweg zuläuft. Denn wenn wir jetzt mal schauen, jetzt wäre zum Beispiel so eine Option, er sieht, Sané nimmt den Ball jetzt hier nach oben mit, das heißt, hier wäre dann vielleicht gleich eine Option da gewesen, den Ball zu erobern und wenn er sich vorher schon so ein bisschen mehr Richtung Sané orientiert, hier macht er das zum Beispiel schon ganz gut, er geht so ein kleines Stück entgegen und wenn er jetzt hier weiter entgegen gehen würde und Sané dann entsprechend also den Ball hier als nächstes wieder nach oben führt, dann könnte er versuchen mit einem Tackling drauf zu gehen und den Ball zu erobern und es ist immer wichtig, die Gegner unter Druck zu setzen, nicht zu passiv zu verteidigen, denn ihr seht, er läuft die ganze Zeit den Passweg hier zwar zu, aber setzt den Gegner nicht unter Druck und dadurch kann der einfach mit Sané den Ball so lange halten, bis er hier eine andere Anspielstation hat, den Ball hier oben in den 16er rein spielen kann und dann kommt der Tunnel zustande, ist wie gesagt unglücklich, aber der Grund dafür war zum einen natürlich der Fehler im Spielaufbau und zum anderen, dass er den Ball für den Spieler nicht genügend unter Druck setzt und dadurch kann der Gegner sich dann einfach seine Anspielstation am Ende aussuchen und das führt dazu, dass er hier überhaupt in diese gefährliche Situation kommt und das Tor machen kann. Als drittes haben wir Mike und seine Offensive ist bereits ziemlich, ziemlich gut meiner Meinung nach, deswegen habe ich mir vor allem in diesem Gameplay aus der Weekend League von ihm die Defensive vorgeknüpft und ihr seht auch in der 80. Minute führt er bereits mit 2 zu 0 und der Gegner kommt jetzt hier aber nochmal mit einem Angriff nach vorne und kann entsprechend dann sich hier nach einigen hin und her auch eine Chance mit Costa erspielen und ja Mike vielleicht ein bisschen unkonzentriert, aber der Gegner kommt hier mit Costa einfach vorbei und kann dann einschießen zum 1 zu 2 Anschlusstreffer, ich glaube zumindest, dass es Costa war und zu der Szene habe ich zwei Anmerkungen, zum einen hier in dieser Situation, wo jetzt hier der Pass auf den Stürmer quer der nächste wahrscheinliche Schritt vom Gegner ist, würde ich Mike auf jeden Fall mal empfehlen sich meine Weekend League Recaps anzugucken, wo ich drauf eingegangen bin, wie man hier bereits auf den Innenverteidiger wechseln kann und diesen Pass hier zulaufen kann und dann entsprechend den Ball gewinnt, dort sehr sehr häufig sehr simpel in solchen Situationen und das wäre vielleicht für seine Defensive noch eine Erweiterung, die für ihn gut funktionieren kann in den bestimmten Situationen, wo sie sich anbietet, denn hier ist es ein sehr sehr simples Konzept von vielen Gegnern natürlich der Ball kommt hier an und man spielt den Ball quer als Doppelpass, der Spieler läuft wieder und dann schaut man, wie man da weiter agieren kann und da kann man halt, wenn man mit dem Sechser zu weit entfernt ist, bereits zurück wechseln auf den Innenverteidiger und den Innenverteidiger einfach schon so ein kleines Stück da entgegen bewegen und dann, wenn er den Ball abfangen kann, dann toggelt er sozusagen auf den Ball und geht den Rest des Weges entgegen und fängt den Ball ab oder man kann direkt nach Ballernahme des Gegners aufs Tackling drauf gehen und damit rechnen viele Gegner nicht, dass das Tackling von hier kommt, vom Innenverteidiger, weil sie sich eben so daran gewöhnt haben schon, dass alle Leute die Sechser zurückziehen und man sieht das jetzt hier in der Situation, er kommt zwar mit dem Sechser und wenn er jetzt hier also entsprechend aber den Innenverteidiger hätte oder er könnte auch jetzt noch auf den Innenverteidiger wechseln und dann hier von dieser Seite drauf gehen, dann würde er den Ball erobern, weil der Gegner sehr sehr häufig mit sowas nicht rechnet und hier dreht er sich aber gut raus und kann dann entsprechend dieser Situation noch entkommen und hier danach in dieser Situation Sané ist es übrigens nicht Kosta, my bad, würde ich einfach nur anmerken, dass ich auf jeden Fall Mike das merken sollte in der Defensive, wie der Gegner agiert, denn der Gegner macht das hier nicht schlecht, er kriegt den Ball mit Sané und macht dann diesen einen Antritt, ist vorbei und schießt den Ball in die lange Ecke und das ist auf jeden Fall überraschend, weil so rechnet man irgendwie eigentlich nicht damit, dass das so funktioniert einfach, aber in der Situation hat es gut geklappt und deswegen würde ich da also einfach nur an Mike den Tipp geben, wenn Gegner auf einmal dann so Moves auspacken, mit denen man erstmal nicht rechnet, dass man die sich merkt und darauf auch in zukünftigen Situationen gefasst ist und weiß, wie der Gegner also in der Offensive versucht zu Chancen zu kommen und dann gehen wir hier jetzt auch gleich ohne Cut denke ich weiter, denn wir sind in der 90. Minute Nachspielzeit ist angezeigt, der Gegner kriegt einen Eckball, 2-1 Führung für Mike, er kommt jetzt hier mit seinem Maguire nach vorne, läuft, kann jetzt hier dem Tackling ausweichen sehr sehr gut und hat hier den Ball jetzt mit Maguire und das ist die 90. Minute die Nachspielzeit, er flankt den Ball hier rein, der Gegner kriegt den Ball nochmal, natürlich würde man jetzt von ausgehen, okay, es wird abgefiffen und die Situation ist vorbei, aber der Gegner kriegt eben nochmal den Angriff, weil Mike sich dafür die Flanke entschieden hat, und das ist aus meiner Sicht einfach sehr sehr unclever und der Gegner kommt jetzt hier nochmal, diesmal ist es Kosta zu einer Chance, macht den Flachschuss und natürlich ist das auch Glück, wie der Gegner hier einmal an den Ball kommt, nachdem Mike eigentlich schon mit dem Tackling da war und dann auch den Rebound kriegt, keine Frage, keine Frage, das ist auf jeden Fall glücklich, aber da würde ich Mike einfach nur sagen, dass er das sich selber irgendwo eingeborgt hat, denn in so einer Situation hier, wenn ich in der Nachspielzeit mit 2 zu 1 führe und in der 80. den Anschlusstreffer kassiert habe, also weiß, der Gegner ist heiß, der wittert irgendwie nochmal seine Chance, dann würde ich hier in dieser Situation auf jeden Fall eine Schusstäuschung in den Stand machen, irgendwas, um zu verzögern, hier erstmal kurz zu bleiben und dann entsprechend vielleicht einen Pass hier in den Rückraum irgendwie zu spielen oder so, auf keinen Fall in so einer Situation noch auf die Flanke gehen, das Spiel ist eben erst dann vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeift und das klingt nach einem ziemlich abgedroschenen Tipp irgendwo, aber so ist es eben auch in FIFA und deswegen in so einer Situation, ich meine, man muss nicht hier zur Eckfahne laufen und dann an der Eckfahne kleben, das ist immer meine Devise, also ich finde, solange man sich nicht hier irgendwie in dem Bereich aufhält oder hier nur in diesem Bereich hinten am eigenen Tor, sondern solange man hier in der gegnerischen Hälfte den Ball hält, dann finde ich, ist das völlig legitim, die Zeit da runter laufen zu lassen, denn der Gegner hat die Möglichkeit mit Pressing den Ball zu erobern, aber hier noch auf die Flanke zu gehen, ist aus meiner Sicht einfach nicht clever und das wird dann auch entsprechend hier in der Situation dann bestraft, der Gegner kommt hier nach vorne, defensiv, er verteidigt das vom Prinzip her eigentlich nicht schlecht hier, versucht jetzt hier mit Valencia an den Ball zu kommen, ist natürlich jetzt dann auch nochmal ein bisschen Hektik einfach dabei, man ist eigentlich davon ausgegangen, das Spiel ist vorbei, auf einmal kommt der Gegner nochmal zu einer Chance, defensiv kann ich ihm da jetzt hier so viel nicht vorwerfen, der Gegner kommt halt einfach nochmal gut nach vorne, jetzt war er eigentlich schon am Ball und dann ist es unglücklich, aber der Fehler ist eben vorher entstanden in der Situation vorne mit Maguire und da einfach der Tipp fürs nächste Mal abgebrühter sein und das Ding nach Hause bringen, denn das können am Ende die Spiele sein eben, die den Unterschied machen, später dann, ob man die Top 100 erreicht, ob man eine Quali packt, wie auch immer und ja, deswegen einfach da clever das zu Ende spielen. Mike hat aber in der Verlängerung dann zwei weitere Tore gemacht, also das Ding hier dann doch noch zu seinen Gunsten drehen können, es ist jetzt nämlich auch schon die 120. Minute und da kommen wir wieder zurück zu dem Tipp, den ich in der ersten Szene gegeben hatte und zwar sich darauf einstellen, was die Gegner in vielen Situationen machen, denn hier zum zweiten Mal ein sehr, sehr ähnlicher Move vom Gegner, er kriegt den Ball hier angespielt, Origi ist das und jetzt in dieser Situation antizipiert Mike eben auf den Move hier nach unten, also er bewegt sich mit seinem Verteidiger hier nach unten in die Richtung und der Gegner macht aber wieder das Gleiche, indem er hier dann sich den Ball oben lang vorbeilegt, auf den äußeren Fuß und dann den Flachschuss in die lange Ecke ansetzt und da würde ich halt empfehlen, einfach zu versuchen, vom Kopf her mehr da zu sein, wie der Gegner seine Angriffe gestaltet. Natürlich, es ist die 120. Minute, diesmal ist er mit zwei Toren vorne, da hat er denke ich auch schon ein bisschen abgeschalten, aber ich fand es ganz interessant, dass der Gegner hier zweimal auf die gleiche Weise ein Tor machen konnte und entsprechend, da das zwei von seinen drei Toren waren, würde ich da Mike einfach mal darauf hinweisen, zu sagen, jo, versuch, dass du in solchen Situationen mehr vom Kopf da bist und dann hier in dieser Situation entsprechend dann dich darauf einstellst und mit Boateng, natürlich musst du jetzt nicht irgendwie hier mega krass antizipieren und dich mit Boateng hier hinstellen, ist klar, aber hier einfach gefasst sein, vielleicht mit Boateng, so leicht den Weg nach hinten gehen und einfach darauf warten, dass der Gegner hier den Move macht, sich den Ball außen vielleicht vorbeilegt. Gut, ich habe das ganze Spiel nicht komplett durchgeschaut, insofern kann es auch sein, dass entsprechend der Gegner ab und zu den Move nach unten gemacht hat, aber dann hättest du immer noch einen anderen Verteidiger, also schau einfach, dass du nicht zu sehr dann mit einem Verteidiger dich hier nach unten orientierst und dadurch dann die ganze Lücke oben aufmachst, was der Gegner bereits einmal ausnutzen konnte. Ansonsten natürlich trotzdem starke Leistung, muss man in der Situation auch mal sagen, dass er hier nach dem 2,92 und davor das 1,2 in der 80, also spätes Comeback vom Gegner am Ende noch das Ding nach Hause geholt hat. Good Job. Und last but not least haben wir wieder den guten Kazem, der ja im November richtig gerockt hat, 152 Sieger aus 180 Games, das ist echt sehr, sehr stark gewesen und ja, ich hoffe wie gesagt von ganzem Herzen, dass es für die Quali am Ende noch reicht. Ich denke, die Chancen stehen nicht so schlecht mit ein paar Cheatern, die noch removed werden und dann vielleicht noch einigen Leuten, die noch nicht 16 sind oder die Anmeldung wie gesagt nicht gepackt haben und Kazem möchte aber dennoch auch sein Spiel natürlich weiter verbessern und beispielsweise an seiner Defensive arbeiten und zwar, dass er mehr den Gegner unter Druck setzt mit Pressing und deswegen habe ich hier mal eine Szene rausgesucht, wo man eigentlich sehr schön den Verteidigungsstil aktuell von Kazem sehen kann, wie er halt immer gut die Passwege zuläuft, ähnlich wie Chris, aber noch ein bisschen besser einfach, weil er mehr die Spieler noch wechselt und sicherer steht und das Ganze dann auch in den richtigen Momenten dennoch schafft, den Gegner unter Druck zu setzen, so jetzt wie hier, gut, in der Situation ist der Gegner echt sehr, sehr weit auch gekommen in den 16er von Kazem, aber ja, er steht dadurch einfach immer nochmal solider, weil er in den richtigen Momenten dann doch eben drauf geht und dieses kompakte, abwartende Verteidigungsverhalten gut beherrscht, aber ich denke, da ist irgendwo eine Grenze da und deswegen will er sehr gerne an seinem Pressing arbeiten, das ist die Sache, die er am ehesten verbessern will und deswegen schauen wir jetzt hier mal auf diese Szene drauf. Der Gegner kommt jetzt hier mit einem Abwurf in die erste Situation und legt jetzt hier den Ball weiter auf den Spieler in der Mitte und der allererste Punkt ist, um den Pressing gut spielen zu können, dass man im Kopf unheimlich schnell sein muss. Also ich habe daran ja auch viel gearbeitet und mir viel T-Mogs und andere Spieler angeschaut, die sehr, sehr gut pressen, den Rocky auch beispielsweise und der Hauptpunkt ist, dass die im Kopf einfach immer nochmal den Schritt schneller sind. Hier ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Der Gegner spielt die enge Raute, leitet jetzt hier von Rose weiter auf diesen Spieler und sehr, sehr häufig wird also als nächstes einer von diesen beiden Pässen folgen. Jetzt sehen wir, dass Kazem gerade hier noch Hullit angewählt hat, der diese beiden Pässen nicht mehr verteidigen kann. Das heißt, der nächste Spielerwechsel sollte erfolgen, auf Kanté ist es glaube ich, um dann mit diesem einen dieser beiden Pässe zu verteidigen, entweder hier oder hier dann zu antizipieren. Und wenn wir schauen, wann Kazem auf Kanté wechselt, schauen wir mal in halber Geschwindigkeit drauf, dann sehen wir, da ist der Pass schon an Kanté vorbei. Das heißt, der erste Schritt für Kazem wäre, dass er schneller wird in seiner Antizipation und im Kopf einfach bei den Spieler wechseln, die halbe Sekunde schneller. Jetzt hat er hier Hullit angewählt, jetzt schon wissen, okay, nein, ich muss jetzt zurück wechseln auf Kanté, um einen dieser beiden Pässe hier zuzumachen. Von der Ausrichtung her, der Gegner kriegt den Ball aus dieser Richtung hier, das heißt, mit dieser Blickrichtung, dieser Pass ist der wahrscheinlichere. Natürlich kann der Gegner auch den Ball einfach annehmen und dann hier nach oben spielen, aber sehr, sehr häufig wird man eben auch in der Weekend League auf Gegner treffen, die hier in solchen Situationen dann den Ball nach vorne weiterleiten. So, also da wäre es also insofern hier der wichtige Schritt auf Kanté zu wechseln und diesen Passweg dann hier schon zuzumachen und das könnte in der Situation schon die Balleroberung geben. So, Kanté bekommt jetzt hier den Ball beziehungsweise Kanté bekommt nicht den Ball, er bekommt Kanté angewechselt. Sorry, ist jetzt die vierte Analyse in Folge, die ich einspreche. Irgendwann wird das Mundwerk ein bisschen lahm. Also, er bekommt jetzt hier Kanté angewählt, der Gegner kriegt mit Ronaldo den Ball und leitet direkt weiter auf seinen Stürmer hier vorne, nämlich Dembélé ist es, der zweite Stürmer und Kasem läuft mit Kanté hinterher und dadurch setzt er den Gegner nicht genügend unter Druck. Was jetzt zum Beispiel ein Timo in solchen Situationen sehr, sehr häufig macht, der Ball ist hier gekommen, welcher Ball kommt höchstwahrscheinlich als nächstes? Logischerweise wieder der Querpass in die Mitte rein. Auch da, der Hinweis an Kasem, vielleicht mal bei Timo natürlich rein, schon in die Streams, das ist das beste Vorbild oder halt andere Leute wie ein Megabit oder so, die krass pressen oder eben auch mal meine Recaps. Hier kann er nämlich auch mit dem rechten Stick schon auf Boateng wechseln und mit Boateng von der anderen Seite drauf pressen und das Risiko ist nicht groß, wenn er mit Boateng einfach erstmal das Stück entgegen geht und schaut, wie der Gegner den Ball verarbeitet. Denn sehr, sehr häufig werden die Gegner dann den Ball nach vorne mitnehmen und man kann dann mit Boateng hier mit einem Charge-Up-Tackling reingehen. Denn das Problem ist, dass Kanté eben noch zu weit hinterherhängt hier in dieser Situation, um diesen Pass zu verhindern und wenn wir jetzt hier gucken, wenn wir uns vorstellen, dass er hier mit Boateng draufgegangen wäre, dann denke ich, wäre die Chance gar nicht so schlecht, dass er hier den Ball erobert hat. Denn die Distanz sieht auch noch groß aus, aber wenn ihr euch vorstellt, dass er schon vor diesem Pass hier, also im besten Fall kann er hier jetzt eigentlich schon wechseln. Jetzt kann er schon auf Boateng wechseln, hier entgegen gehen und dann wäre er auf jeden Fall jetzt schon wahrscheinlich hier in dieser Situation und könnte schon vor der Ballannahme oder bei der Ballmitnahme mit einem Charger-Tackling in den Ball reingehen und hier also den Ball erobern. Und das ist am Anfang sehr, sehr ungewohnt, wenn man viel mit den Sechsern vorher verteidigt, aber es ist eben wichtig, da entsprechend sich umzugewöhnen, wenn man Pressing spielen will und gerade in solchen Situationen, wo keine großartige Gefahr davon herrührt, mit dem Verteidiger drauf zu gehen, dann entsprechend das auch zu machen. So, der Gegner macht jetzt hier einen zweifelhaften Trick nach außen und wieder ist Kassem sehr, sehr abwarten. Er verteidigt hier halt mit Kanté, aber das ist eigentlich eine super Situation auch, um drauf zu gehen auf den Gegner, denn er macht hier so einen Flick ab nach außen und dadurch setzt er sich selber halt sehr unter Druck, wenn man jetzt mit Kanté hier anläuft, sodass man leicht von rechts kommt, um diesen Passweg noch zu verteidigen, aber auch gleichzeitig den nach hinten. Wie will der Gegner sich dann rausdrehen? Dann muss er sich nach vorne drehen, dann kann man hier auf den Außenverteidiger wechseln, von hier kommen, also es wird für den Gegner sehr, sehr schwer, da den Ball zu halten, aber Kassem, hier wieder die L2-Steps. Das ist halt das Wichtige, hier dann drauf zu gehen und gleichzeitig den Pass zu verteidigen. Nicht nur eins von beiden, sondern Pass verteidigen, indem man aus dieser Richtung kommt und drauf gehen und den Gegner unter Druck setzen. So spielt man eben ein Pressing und wenn ihr euch Spieler anschaut, ich wiederhole mich, aber T-Mox, Aubameyang, Megabit, Rocky, wie auch immer, die verteidigen halt ganz, ganz oft so, dass sie den Gegner unter Druck setzen, indem sie erstmal, wenn es nötig ist, die Passwege zulaufen, aber dann aus dieser Position, wo sie im Passweg stehen, heraus, auf den Gegner drauf gehen und dann entsprechend ihn so unter Druck setzen können und ja, das setzt sich dann hier auch im Weiteren fort, aber ich will es nicht zu lange ziehen, der Gegner kommt dann jetzt hier nach vorne, es waren 2, 3, 4 Optionen auf jeden Fall vorher schon da, mit Pressing den Ball zu erobern und insofern denke ich, kann Kassem da aber auf jeden Fall dran arbeiten und ich denke, das wird ihm schon um einiges weiter helfen, hier diese Situation, das mal in der Analyse zu sehen. Und die zweite Szene ist zur Offensive und zwar ist Kassem da natürlich auch schon sehr, sehr stark, er macht das wie gesagt immer sehr gut, wie er die Bälle hier verarbeitet, dann hier mit diesen kleinen L1-Drehungen sich wieder in der Richtung ändert und dann Anspielstationen sucht, aber hier würde ich ihm empfehlen, vielleicht noch den Ticken am 16er abwartender zu werden, das heißt also wirklich genau zu schauen, bietet sich denn jetzt der nächste Pass an, denn er macht das sehr, sehr überlegt bis zu diesem Zeitpunkt hier und jetzt spielt er den Ball auf Ronaldo dann, ich denke, das ist ein versuchter X-Pass, aber Ronaldo macht eben gerade hier den Laufweg und entsprechend kommt der Ball dann nicht an beziehungsweise wird abgeblockt zur Ecke, ist kein Fehler in dem Sinne, kein Riesenfehler oder sowas, aber ich denke, Kassem, der ist eben schon auf sehr, sehr hohem Niveau, insofern muss man auch bei diesen ganz klitzekleinen Optimierungsmöglichkeiten ansetzen und hier nach der L1-Drehung mit Valencia ist er eben in einer sehr guten Position und wenn er hier einfach noch ein, zwei weitere Schritte macht, um zu schauen, was für Optionen er mit Valencia hat, dann wird er sehen, dass Ronaldo hier diesen Pass nicht verarbeiten können wird, weil er eben den steilen Laufweg nach vorne macht und der Gegner das hier abfangen wird, ja, das heißt also jetzt hier dann entsprechend zu sehen, okay, ich habe mit Valencia jetzt hier den Ball, dieser Pass ist keine Option und dann zu schauen, okay, was kann ich stattdessen machen und hier am zweiten Pfosten lauert zum Beispiel Bale, ich weiß natürlich, Valencia hat nur einen Stern auf dem schwachen Fuß, aber vielleicht ist es in der nächsten Situation ein Hullet, ein Pogba oder ein Bale selber, der hier den Ball hat und am zweiten Pfosten steht eben einer so frei und hier also in dieser Situation für diese Viertelsekunde den Kopf hochzunehmen, um genau zu beurteilen, ist der Pass jetzt hier eine gute Option oder gibt es andere Optionen, das ist eben das, was Spieler, ich nenne es jetzt zum fünften Mal, aber vor allem einen T-Mox im deutschen Bereich oder einen Stranger oder ja, die ganzen Top-Spieler, die in der Offensive so gut sind, die erkennen halt in Sekundenschnelle in solchen Situationen, dieser Pass ist keine Option, aber hier oben ist einer frei oder dann spielen sie nochmal eine schnelle Kombination hintenrum und dann ist vielleicht Ronaldo wieder anspielbar in der Mitte. Also hier zu schauen, also der Hinweis an Kasem, den Kopf immer nochmal für diese ganz kurze Millisekunde hochzunehmen und zu schauen, ist das jetzt wirklich die Option, die ich spielen sollte und nicht schon zu sehr vorher in den Plan zu gehen. Ich meine, ich kenne das von mir selber auch, man dreht sich, man denkt eigentlich, jo, jetzt geil, Ronaldo wird jetzt hier entsprechend sich kurz anbieten und dann kann ich entsprechend hier den X-Pass rein spielen und dann bin ich in der gefährlichen 1 gegen 1 Situation mit Ronaldo. Kenne ich von mir selber auch nur zu gut und dann macht aber Ronaldo den Laufweg, man spielt den Pass und die Situation ist da hinten. In dem Fall führt es immerhin noch zur Ecke, aber ich denke, da wäre es auf jeden Fall eine super Variante, hier in der Situation dann kurz abzuwarten, wenn es eben nicht offensichtlich ist. Wie gesagt, das sind immer die Situationen, wo es nicht offensichtlich ist. Wenn jetzt hier der Verteidiger nicht da wäre, logischerweise spielt man dann so schnell es geht den Dreieckball. Aber wenn eben die Situation nicht ganz klar ist, da nochmal einen Step zu machen, zu gucken, was sind für Optionen da, das kann einem dabei helfen, halt hier vielleicht Bale zu sehen und dann den Flankenball zu spielen stattdessen und so vielleicht direkt das Tor zu machen in der Situation. Doppelbeteiligung. Doppelbeteiligung. Und der Doppelbeteiligung. Untertitelung des ZDF, 2020